ja hallo youtube wollte mal eben gerade ein kleines danke schön video machen für den supra core und wollte euch mal zeigen der preis den ich bei ihm im giveaway gewonnen habe dieses super messer das amarantholz ist wirklich wunder wunderschön die klinge fantastisch ganz sauber und gut verarbeitet fasst sich spitze an also gefällt mir sehr sehr gut dazu die lederscheide wackelt nix die sitzt wie eine 1 die rastet sauber ein die lederscheide ist mit einer innenscheide gefertigt und dieses amarantholz ja ich hatte selber auch schon mal und hatte noch ein paar reste und darum habe ich da erst mal gleich ein feuerstahl passend zugemacht also das messer ist ja eine kohlenstoff stahlklinge insofern dürfte es da ja überhaupt keine probleme geben und hier habe ich noch mal einen kugelschreiber das ist auch amaranth aber dieses amaranth das ist ein bisschen dunkler wie diese rein gewachsen und polierte oberfläche dies hier ist mit schellack überzug dadurch wird es noch ein bisschen dunkler und noch ein bisschen violetter aber ich denke mal mit dem gewachsen amarantholz hat man auch keine probleme bei feuchtigkeit und das ist schon tipptopp ja so parkour vielen dank danke fürs zuschauen tschau